Vielleicht hat er 10 Euro gesetzt. Naja, vielleicht 100. Vielleicht auch 100.000. Oder er ist einfach nur ein großer Fan. In diesem Fall wahrscheinlich von French King. Der Hengst hat in Berlin-Hoppegarten gewonnen. Er gehört Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani aus Qatar. Ein Mann mit viel Geld und großer Pferdeleidenschaft. In sportlicher Feindschaft verbunden mit den Pferden der Reiter in Grau und Blau. Die kommen nämlich aus Dubai, die Maktoum-Familie. Die 2400 Meter auf der Rennbahn sind also auch ein Duell zwischen Qatar und Dubai. Einen deutschen Bezug gibt's bei Royal Jungtaïn. Geritten von Eduardo Pedrosa in Blau mit dem weißen Strich. Erfolgstrainer ist ein Deutscher Andreas Wöhler. Das Pferd bzw. der Besitzer kommt allerdings auch aus Dubai. Nicht ganz klar, für wen sich diese junge Dame so ins Zeug legt. Fertig. Fest steht. Entschieden wird das Rennen auf den letzten 400 Metern. Alle ziemlich gleich auf. Dann zieht French King mit dem Reiter in Rot und den weißen Punkten davon. Die beiden aus Dubai, Grau und Blau, müssen sich geschlagen geben. French King für Qatar sammelt die Siegprämie von 100.000 Euro ein. Währenddessen bleibt die Erfolgsgeschichte hinter diesem Bild wohl ein großes Geheimnis. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.